Hallo, ich bin wieder mit dem Rest und willkommen auf dem großen Kanal und zurück zu Five Night at Handbill 2 Pop, ganz herzlichen Dank an uns und auf kurz zu ohne, ist gar nicht machbar zu werden direkt der Enterprise war ein Obot, Watt Wir sind ja letztes Mal nachts weit drauf gegangen, dank dem komischen Typen da, ne? Ja, ich weiß jetzt oder nicht, steuere mal, ne? Hey, hey! Oh, was war's, neun, gell? Ja, neun Oh, okay And we have to check it Und schau doch mal diese Nacht überleben, ich probier's halt wohl, ne? Boah, das ist alles so kompliziert A, D, mit drei Fingern, da bin ich überfordert, ja Bin ich immer leicht überfordert Mal gucken, ob ich irgendeinem Bett auch Ding machen kann Seht's? Da kann ich kein Punsel machen Wie, wie, wieso, wieso hat es dann nicht eher geklappt mit dem Typen? Warum? Verstehen ihr da? Was soll sich doch verstecken? Warum? I don't know, aber es hat ja keiner geschrieben, also es ist noch gar nicht draußen, die ersten zwei Parts, aaaaaaah. Hilly boy. Jesus. Und a turn of light. Hätte ich das nicht außen? Wird das gehen? Nee, oder? Weil das ist ja der Generator Room. 1 Uhr Uhr. Immer noch 1 Uhr. 1 am. 1 Uhr 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 Ich weiß nicht, wie ich da umswitchen kann, gell? Zwei Uhr. Erdo, was für Erdo? Pfeiltaste? Ah, mit den Pfeiltasten. Sie kommt. Aber nur hier kann man was machen, mit den Pfeiltasten. Oh, Pfeiltasten, Maus. Oh, nee. Tastatur. A, D, Steuerung. Oh, nee. Stress. Stretch. Und nur hier habe ich die Möglichkeit, ein. Drei Uhr. Das ist auch das erste Mal, dass einer kommt. Und. Jesus. Vielleicht kommt er ja heute gar nicht. Wär man jetzt gleich, ne? Immer noch drei Uhr. Aber wenigstens hört man Musik, wenn es jeder kommt, ne? Die, die andere zwei. Immerhin das. Was? Was? Drei Uhr. Was? Was? Drei Uhr. Was ist Madonna? Wierg. Was das? Wierg. Was? 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 Ich weiß es nicht. Leute, es bringt nichts. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Das Ding da funktioniert nicht. Ich brauche eure Hilfe. Bitte schreibt in die Kommentare, was ich falsch mache. Ich habe es probiert. Ach so, ich wollte das Licht abmachen. Im kleinen Radar-Room wollte ich das Licht abmachen. Das, das, probier es noch mal. Probier es noch mal, probier es noch mal. Wieso hast du so... Ich habe nicht dran gedacht an der Generator-Room. Vielleicht das? Ich werde in Amazon-Milien halten. Oh. So schnell kann... I can't read so fast. Ich bin so dumm, Herr. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung. Generator-Room. Ja. Dammit. Ich habe nicht dran gedacht. Bei dem guckt man ja auch nicht dran denken. Du... Dusseln. Merde. Also hier. Turn of light. My hope. Last chance. Ich wünsche uns mal da durch, ne? The- Ah... Ein-Uhr. Ein-Uhr. Tut sich doch nichts, ne? Aber immerhin kam... Letztes Mal kam der am Band nicht. Nein. Nein! Alter, das ist ja unständlich. Unständlich. Wenn die Schalter wenigstens funktionieren würde. Lass mir noch ein bisschen Ablenkung. Alles ruhig noch. Noch ist ruhig. Also Halt funktioniert nicht. Ich kann da auch kein Flashlight machen. Und die Schalter da kann ich auch nicht machen. Und da kann ich sonst gar nichts machen, gell? Nee. Zwei Uhr. Gucken wir halt mal ein bisschen in die Gegend rum. Versuche hier irgendwas anzuklicken. Oh mein. Ich liebe ja diese Handballspiele. Das waren immer cool. Aber wenn man halt einen Plan hat. Das sind halt die Probleme mit dem Englischen. Die ziehen sich durch mein Leben hier, seit ich hier YouTube mache. oder? Bäh. Dämt. Aaaaah. 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 Wir warten mal bis sie kommen. So, die hätten wir erledigt, die Banane. Das finde ich wenigstens okay. Die Musik-Einblendung, das ist unheimlich, die creepy Musik, das hilft mir schon mal sehr. Entweder kommt er jetzt wieder, 3 Uhr, oder im Wind. Where are you? Also, dass er immer random ist und nicht so gescriptet, immer an derselben Stelle. Okay. 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 Das hat funktioniert. Okay. 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 Was? Wo kommt der jetzt? Was ist das für einer? Hä? Oder kann ich mich vor dem... 5 Uhr? Jetzt geht gar nichts mehr. Es ist 5 Uhr. 5 Uhr. Ich bleib unterm Bett. It's dark outside. Generator... Why? Bleib doch unterm Bett! No! Unterm Bett! Under the Bett! Please! Why you stand up? Du horst! Ich bin aufgestanden. Aber ich denke, das war's. Wenn's nicht ausgeht, unters Bett. Ich werd's ein drittes Mal probieren und erhofft, dass es dann funktioniert. Ich bedanke mich neu für's Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschautet auf meinem Rollsignal. Bewert die Videos, schreibt was in die Kommentare, aktiviert und locken. Abonniert den Kanal und habt ihr schöne Zeit. Ich bedanke mich für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschöne... Wir sind wieder bereit auf Texas. Seid mal, und... Guten Tag. HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Untertitelung des ZDF, 2020